so dass er bestimmt noch irgendwo einer wasser und die zunehmende aufnehmen kann das bestimmt schrub finden muss hallo ja weißt du lässt sie noch ein ding mit drei dollern hier drin was soll ich gesehen wieder gewechselt doch ein will ich ja aber ich glaube es geht nicht ja weil das hier die salle mit dem dock ist deswegen hat er klappen können hätte hätte fahrer das ist gut er kann dann immer noch was tut voll von der druckwerde gewischt mit seinen schild und tot in der eben schon alter und jetzt diese geschilder er da irgendwie eine komische granate die die ich einfach nicht gemerkt habe dass sie selbst hier ist deswegen bin ich auch gerade gestrungen wegen der druckwelle und vielleicht ist das schild ging ganz schnell durch das war jetzt nicht das problem dafür habe ich ja eine waffe aber das ist noch so viel haben sie hast du nicht granaten oder so ja jetzt aber werfen müssen ich habe mir nicht meine geworfen ach komm dann hätte ich mich daran schon direkt hingelaufen doch jetzt wartest auch kommen ängste von unserem pistein ecke fest hier das schild von dem weg einfach und hier kann sich den modus einsetzen mit dem bei und komm 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 stepp doch mal na ja und schafft ok bis wir uns hoffen ok die waffe gibt es sogar einmal im spiel aber dies immer unterschiedlich wo die zu finden ist wird das meiste du bist du nicht klar dass du wieder ich hab ihn getötet kenne noch so viele leute ich hab einen punkt ein punkt hast du auch punkt ein punkt ja ich habe ein punkt granaten schaden ist auf jeden fall mal gut und ich muss das mal ein ein tokens hatte ich auch die ladegeschwindigkeit erhöht so kille banditen das natürlich ein bisschen blöd wenn wir sind dann muss man gewinnen obwohl es auch wieder keiner keine ahnung komisch vielleicht bestimmt noch was oben ja wo kann noch banditen sein dann muss ja nicht unbedingt hier sein tipp ich mal kann noch dahinten sein wo wir vorher waren ja ich glaube dass es steht ja nur kille banditen also das glaube ich rille in der sache kann man haben kann man haben so mal gucken wo wir welche finden ja erstmal nachladen aha gute alte railgun hat sie dann ja ja ich wäre jetzt gefahren ja ich bin hier hingerannt hier sind aber keine ja da gibt es mir schon wieder meinen ganzen spaß ja und ja und so entweder da oben hier könnte was sein könnte ja 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 aber das ist eine mission vielleicht weiß ich glaube dann ist das ding jetzt aktiv guck mal was da kommt ne die ganze nicht doch ne da steht nur bei deaten ne ja 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 aber du hast ja so wird keine munition mehr dafür deswegen ich weiß auch euch gerade gemerkt bei drecksviecher ne alter schwede alter nerven die bei jener einer wucht nerven ne jawoll ein spucker sagt franz vielleicht hier richtig sind die auch noch dazu so naja kommt noch was aus verändern gucken nein pass auf da kommt was ja ja voll 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 aber du bist auch schon level 10 voll voll ja ja da kommen noch mehr ist klar lass sie doch müssten eigentlich noch mehr und bieten hier auf dem steck sein ja wenn wir aus dem steck erstmal drauf kommen würden kommen wir hier und das sind noch komische kack monstons verfolgen wir ja ja aber die müssen ja weh auftauchen jetzt ist das aktiv eigentlich ja eigentlich müssten ja weh auftauchen können wir schon mal anfangen zu ja 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 kommt stirbt ja aber nicht zu wie viele musst du denn noch töten doch jetzt ich habe 16 von 25 ich habe 16 von 25 ja ich ja auch ich ja auch ich ja ich ja ich ja ja ich ja da ja 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 ich ja ja man hat da ganze dinge habe ich das was gibt bei dir und runter gehauen wurden der billige waffen oben gefunden nicht dass ich wunders dass seine kiste ist was gehört ich habe oben eine größere kiss gefunden waren billige waffen dann zum verkaufen nicht dass du sagst ich hätte da was wieder alles geklaut ja ich glaube dass sowieso ich habe auch nicht mehr viel munition oder kommen ja das ist alles klar du ja okay ich gehe auch drauf ich gehe doch das ist so schön mit drauf zugleich ich abholen kann ich eben machen weil ich bin eh gleich tot was für ein fick ja weil die einfach stumpf verballert das vorhin auf die anderen dinger da welche anderen dinge auch die komischen monster ja jetzt habe ich mir da immer munition wieder ach ja merkwürdig ne hallo ich komme ganz schnell durchs wasser spründen ist klar aber dieser hässliche vogel hier ne jetzt gehen auf den handen los bei ich bin gleich wieder tot ich habe auch nicht mehr von der einen so viel munition also vier kriege ich gerade so hin so schilder kotzbrocken sein ich habe dauerhaft auch noch weil er irgendwo durchläuft ja und ich finde immer was gerade so ein bisschen ich habe doch kann noch munition aufladen mit meinem modus schlecht alles gut bei jeder um naja ja ich brauche nur noch ein ich habe jetzt etwas größeres aber ja und betot wollen wir da müssen mit einem schild kommt warum brauchen die man ab so ich lebe der kommunistiger vogel jungen zu verkaufen muss noch was los da bei dir ich habe den schild gehalten deswegen ja genau bist du gleich tot naja bei ich habe dich gleich bevor der andere von und naja da kommt noch einer nach ohne witz nervt nicht nervt nicht so ja 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 ich habe dich